Ja, mein Name ist Dr. Katharina Schukui. Ich habe die Firma Medocean gegründet, die Nahrungsergänzungsmittel herstellt und wir beschäftigen uns mit dem Thema Gesundheit und Prävention. Unser Ziel ist es, Menschen wieder zurück ins Leben zu führen. Und zwar haben wir verschiedene Zielgruppen. Einmal ist es Menschen im hohen Alter. Ich denke da zum Beispiel an Menschen in Pflegeeinrichtungen oder Menschen, die chronisch erkrankt sind. Und das Ganze hat auch einen Hintergrund. Ich war vor vielen Jahren einmal sehr schwer erkrankt, war bettlägerig und konnte mich nicht mehr bewegen. Die Schulmedizin hat mir leider nicht mehr weitergeholfen, sodass ich mich dann orientiert habe nach Alternativen. Ich habe sie gefunden in der Homöopathie, klassischen chinesischen Medizin, Naturheilkunde. Und die brachten allerdings nicht den gewünschten Erfolg, wie ich mir das hätte vorstellen können. Und habe mich dann an den Nahrungsergänzungsmitteln herangetastet. Und dann kam der erste Wow-Effekt für mich. Allerdings habe ich nicht diese Produkte in Deutschland gefunden oder Amerika, wo auch immer ich sie herbezogen habe, die ich gebraucht hätte. Deshalb bin ich eines Tages selbst nachts aufgestanden und habe mir meine ersten Rezepturen für meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel hergestellt. Und dadurch ist die Firma entstanden. Meine Expertise ist, ich bin selbst Ärztin, ich habe in der Klinik gearbeitet, ich habe in der klinischen Forschung gearbeitet und habe meine Expertise als chronische Patientin. Die Expertise habe ich bekommen, dadurch, dass ich natürlich Ärztin bin und auch diesen langen Weg der chronischen Patientin gegangen bin. Ich habe die Nahrungsergänzungsmittel hergestellt mit einem Experten-Team. Wir haben uns viele Monate darüber Gedanken gemacht, wie wir wirklich Produkte herstellen können, die wir parallel zur klassischen Medizin auch herstellen können und die dann ihre Wirksamkeit entfalten können. Wir stellen die Produkte her, wirklich auf biologische Art und Weise. Also es kommt keine Chemie in unsere Produkte rein, sie sind keine Synthetik und wir erfüllen auch wirklich hohe Qualitätsstandards, ähnlich wie Therapeutika auch. Mich macht besonders, dass ich sehr menschlich bin. Man hat mich mal gefragt, was ist dein USP? Ich habe das erst mal nicht beantworten können, bis ich einem Marketing-Experten gegenüberstand. Und er ist dann mit mir in den Wald gegangen und hat mir dann so tief in die Augen geschaut und hat gesagt, bei dir in der ganzen Umgebung, wo du dich bewegst, da menschelt es. Also Menschlichkeit strahlst du aus und gibst den Menschen auch die Wärme, die sie brauchen. Du umarmst die Menschen mit deiner Liebe. Lernen, ja, dass man Mut haben muss, dass man auch fallen darf, dass man aber wieder aufstehen muss, dass man kämpfen muss und dass man wahnsinnig viel erreichen kann. Also auch wenn man vollkommen seine Hoffnung aufgegeben hat, gibt es doch immer noch ein Licht am Horizont.